Jeder von uns hat diese eine Sache, die uns Gänsehaut verschafft. Bei jedem auf unterschiedliche Art und Weise. Für den einen ist das der Sport. Für den anderen die Musik. Diese eine Leidenschaft, die dich glücklich macht, die dich zum Weinen bringt und in Staunen versetzt. Für mich ist diese eine Sache Star Wars. Du warst der Auserwählte! Ich bin ein Jedi. Helfen mir um, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich bin dein Vater. Die Macht ist stark in meiner Familie. Über alles, was Star Wars zu bieten hat, werden wir reden, uns austauschen und diskutieren. Ich freue mich auf euch. Möge die Macht mit euch sein. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater.